Zum Auftakt der Wiedersehensfeier wurde in der katholischen Heiliggeistkirche in Steinheim eine Festmesse gefeiert. 211 Jahre waren den Donauschwaben als Siedler in Neudorf-Novozelo gegönnt. Dann folgte am Kriegsende 1945 unter Tito die Vertreibung. Für viele war damit aber auch ein Martyrium, ein großes Martyrium in Internierungslagern verbunden. Ich war wieder und bin wieder sehr gerne bereit, hier für Ihre Veranstaltung die Schirmherrschaft zu übernehmen. Seit über 34 Jahren feiern die Neudorfer an Pfingsten in Steinheim ihr Heimattreffen. Sorgen macht sich die Ortsgemeinschaft. Sie wird immer kleiner, weil die Erlebnisgeneration wegstirbt. Sie seid ihr noch gar nicht her, die kommen mir gut entzündet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017